Hallöchen Leute und herzlich Willkommen zu FC Minigames, ich bin FC Sabfreak und mit dabei ist... DETA! Und ich hab keine Ahnung was ist in diesem Spiel... Du musst die Kühe melken. Okay. Wer ist FC Minigames 20 bekommt der gewonnen. Oh, darf man die Milch austrinken? Ja, du musst sie trinken. Ja, ich hab's gemerkt. Okay, wir spielen auf Mindplex. Mixed Arcade. Ja. Irgendwie. Ah geil, man kann ja Doppelsprung so... Alter. Ja genau, ich melke jetzt... Ah scheiße, ich hab keine Ahnung. Au. Ich melke... Geil. Ich melke die... Au, Schafe. Nein, ich bin tot. Alter, wieso geht diese Kao nur auf mich? Hallo. Kann man ja weiterspielen? Nein. Oh, Shit, Alter! Dieser Ku ist ziemlich stark. Boah, ich bin Dritter! Das ist vorbei. Ich bin äh... Oh, ich bin 15, nicht 20. Ich bin Vierter. Nein, du bist... Hä? Keine Ahnung welche. Scheißegal. Äh... Äh... Oh, was kommt hier? Ich nehm... Hey! Ähm... Du musst noch dein Kit nehmen. Ja, was kommt überhaupt? Bist du wieder auf dieser Flat? Nein, 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 nein. Was kommt überhaupt? Ähm... Es kommt... Ja, geil, die Wolke. Keine Ahnung. Ich nehm jetzt einfach Runner Basher. Keine Ahnung. Ja, ich auch. Ich weiß nicht was Alpha äh... Überhaupt die erste Runde Mixed Arcade hier, ne? Die Stars. Kein Plan. Ist ne Weile her, ne? Acht! Verpiss dich! Nein, Spaß! Okay, und was gibt's hier? Ah, da musst du überleben! Dabei geht das ein... Geil! Wow! Einer, der den Virus hat, oder? Achso. Du musst einfach überleben. Ich geh mich hier einschließen. Kann man in den Kisten was nehmen? Ne. Mach doch die Türe zu! Mach doch die Türe zu! Weil... Sie, oder du, oder irgendjemand hat Speed 2. Ah, ist schon dort! Ah, wenn man denn... Ah, ich seh! Der V, äh... X-Pots. Was? Oh, oh! Ja, der ist, äh... Dieser... Der, der infiziert ist. Genau! Oh Gott! Oh Gott! Das sind zwei... Es ist auch wieder den... Nählen acht... Keine Ahnung, was du meinst. Das sind die Namen der Spieler... ...die infiziert sind. Ich hab gerne so einen Affiolo gemacht. Bist du tot? Nein. Achso. Bin auf einem Dach. Ich auch! Ich seh nicht! Wo bist du? Ich bin weit hinten. Oh, dort! Da wohnen! Einfach alleine, so! Ich weiß nicht, ich denke, sie kommen hier hoch. Sucker! Don't be so mean! Nein! Einer rennt dem anderen hinterher. Nicht schlecht! Nicht schlecht! Oh! Ich seh einen dort! Hey, kommst du zu mir? Nein, lieber nicht! Arschloch! Ja, siehst mich, ne? Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Schupf mal! Hahaha! Was ist mir sucht, der Idiot?! Ohne Spaß, man! Micromagnet! Du bist so... Oh! Okay, vielleicht doch nicht so dumm. Bist du tot? Nein! Nein, verpiss dich! Ah, geh weg! Ge weg! Ge weg! Ge weg! Ge weg! Oh! Scheiße! Oh! Nein! Nein! Das! Ah! Ah! Scheiße! Ah! Fuck! 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 Nein! Scheiße! Nein! Ich werde dritter! Ich werde zweiter! Oh mein Gott! Oh man! Ich bin tot! Alter! Es sind nur zwei übrig! Ich und diese andere! Und ich habe ziemlich Angst! Okay! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Ich denke er findet das! Oh nein! Nein! Alter! Wo bist du dich? Nein! Wo bist du? Hier! Ah! Ich bin geslaut! Nein! Ja! Ich soll nicht so rumschreiben! Alter! Ich bin bei Fall Damage gestorben! Es war so geil! Ich bin einfach hinter dir hochgeklettert und du hast nicht gecheckt, Mann! Oh! Ich habe dich wirklich nicht kommen sehen! El Mutocho Pijo! Oh! Das war jetzt voll geil! Meine Mutter kam gerade raus! Brauchst du Medikamente? Dass du so rumschreißt! Oh! Ja! Schupf! Hey! Weißt du was das ist? Was? So ein Schwein und dann musst du die anderen einfach von der Plattform schießen! Geil! So wie... Ich kenne so... Super Smash! Also ich kenne so Spiele! Boah Alter! Ich weiß was wir unbedingt mal spielen müssen! Au! Aua! Aua! Ja! Steh auf Karun! Hi! Oh! Wer war das? Aua! Hallo! Nein! Nein! Boi! Ach Bodyslam gibt's auch geil! nicht mich nicht auf mich ich schieße dich runter da packt einer rum es gab mal eine ich hab das spiel gespielt dann gab es einer der der einfach auf einen baum war ja ich habe auch ein video gesehen wo einer auf dem baum war aber der andere konnten runde holen weil er diesen double jump konnte halt immer ein ultra oder so und diese ultras haben ja noch diese ja was auch immer einfach so ein bisschen special waa meine fresse Alter ich sterbe ich äh ne ich nicht du du dich hast mich mit bodyslam baaam oh lol ich äh die kleinen schweine sind schneller man ja das ist das bodyslam noch umsteht wie lange und so holen schilder ist okay ich sehe ja vier mit anderen mann wirklich volle action okay ich weiß jetzt welcher du bist wow fast fast den hast du denn hast du die haben sich gegenseitig getötet ich kann nicht dieselbe nachricht ich habe jetzt 6.647 100 was 5100 ich habe mir und ich habe gewonnen diese spiel diese runde war ich wieder das dritte dann zweiter jetzt erster ich bin jetzt also ich bin der als denke mal dragon escape dragons was geht es in dem spiel da kommen etwa zehn drachen auf dich zu und du musst überleben ich habe auf dem boot zum beispiel also ich habe es aber wir haben etwas verändert sie haben die geschwindigkeit der drachen verändern ich habe es noch nie gespielt ist es bei dragon oder bei dragon escape ich glaube bei dragon escape im fall ich habe zwei hunden gespielt der drache ist unglaublich schnell der drache hat mich eingeholt ja der ist verdammt sondern wenn du jetzt irgendwie erster wirst der holt dich gleich ein obwohl ich habe gefällt ich habe einfach am anfang gefällt also der ich freue mich echt auf die gamescom hoffentlich finden wir jetzt noch eine vorgabe also eben von 12 bis am 15 haben wir eine so ja aber aber wirklich falls es nicht klappen sollte ich schlafen auf der trasse wir brauchen vom 12 bis am 16 was ist dann vom 12 bis am 16 müssen wir übernachten ich schade ich bei dir nein gamescom man ach so egal das ist nicht das thema für unsere zuschauer 360 360 ok ich habe kein plan oh ja dass ich jetzt muss dann kann ich den drachen abschlagen oder kann ich auf die map runter springen ok nichts schon gut bist du dumm oder was ja mein gott alter ich bin verbuggt oh oh ich sehe den dragon ok die drachen sind verdammt schnell ja wie viele sind es dann nein boah nicht schlecht nicht schlecht boah bin ich erschrocken ey der ist gerade vor mir durchgezogen ey nein boah mitten durch mich durch nein der ist mitten durch mich durch aber ich bin nicht gestorben ich habe sieben herz damage genommen das geht ja ich habe angst ja ich habe gehört what the fuck mal schauen ob es die camper taktik bringt der hat es hier du bist ein hacker ey der einte ist so dumm der einte ist wirklich zu da ist so dumm und auf die trelle zu springen können ohne spaß das müsst ihr durch die drache durch mich hol ich ja bist du tot nö du nein ich liebe auch noch du bist auf dem berg oben da ja ich bin auf dem höchsten punkt was bringst du ja keine ahnung sie tut es sieht cool aus alter verpisst dich ja dankeschön hat der ender dragon unendlich leben nämlich mal ja wahrscheinlich was möchtest du mit deiner axt das stimmt auch wieder ich bleib einfach mal hier stehen ja ich bin auf dem höchsten punkt da ins NEIN tot ja warum schreist denn so ich seh dich ich bin runter gefangen ich seh die Du siehst mich 할ter die gehen kein bisschen auf mich wow LE Ét NOE NENEIN nein ich bin tot lol ich bin gepackt wo bist du alter wo bist du ähh warte oh scheisse ich habe Wasser damage geschocktt alter soll den hacker an wer es heißt silver reptile nehmen auf ich nehme ja auf rechts von dir hinter dir ist mit dem der heck siehst du siehst du wenn ich der heck der nicht alter schau mal er ist zu weit raus ja da ist er selber schön oh mein gott du lebst noch oder ja ich lebe nein oh mein gott oh mein gotti spring drauf das bringt es nicht wie dann bist du und so dann bist du halt sehr weit oben voll verpeilte dort rüber soll ich dort aneinander bleibt dort auf deiner plattform okay also als nur noch zwei du und er ich kann kein lieb mehr sitzen ich hab ein spiel gewonnen wir spielen super spiel spiel spielen was ist das ist brawler keine ahnung als das wort kommt in vielen spiel vor so ich habe jetzt mal brawler genommen ich habe auch du kannst andere nehmen ja brawler kannst du nehmen du hast 2000 gerade bezahlt ja ich habe jetzt noch 4600 ich nehme den jumper ich habe jetzt mal brawler ich nehme den jumper brawler brawler much stronger knockback than other kids okay smasher hitting blocks damage all surrounding blocks das ist und noch besser noch bergte 0,6 hau und bei deinem 0,3 knockback also kannst halt der smashing lieb ne alter das dauert noch eine minute oh gott ja es haben so viele players gerade gelassen was ich würde sagen ich habe glaube ich ein zeitraffer rein zurück nach dem zeitraffer zeitraffer raumzahn continue ja sag einfach nichts ich habe mich gerade selber umgebracht wirklich das war sehr gut aua 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 wo bist du tot und wisst ihr was leute ich denke mit diesem facebook wird ich sagen ist auch die heutige runde minecraft minigames beendet ne jawoll dann würde ich sagen wir sehen uns das nächste mal wieder wenn es wieder heiß wenn es wieder heißt minecraft minigames hier auf unserem kanal bis dann leute bei